Hi, ich bin der Simon und ich trommel bei der Karin-Rapanzl-Welt. Hallo, ich bin die Karin, ich spiel Bass und sing. Ich bin der Yoshi und ich spiel Gitarre. Und sing. Und sing. Und du singst auch. Ich sing auch, ja. Wir machen bayerische Rockmusik, geht gescheit aufs Maul und macht Spaß, tanzbar. Hätte ich gesagt. Das Ding bei solchen Veranstaltungen ist halt auch immer, dass man gemischtes Publikum hat. Also es kommen jetzt nicht nur Leute, die kommen wegen uns, sondern die vielleicht auch durch andere Bands dann auf uns aufmerksam werden. Und das ist eigentlich reizvoll. Applaus 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 Applaus